hallo liberal fix ich habe hier erifiziert habt ihr gesehen jetzt hat es vor weihnachten wir haben jetzt den ersten weihnachtsfeiertag den 25 dezember hat es richtig viel geregnet richtig hier so viel geregnet absoluter wahnsinn alles gefroren und jetzt ist über nacht minus sieben grad gewesen vielleicht sogar noch ein bisschen mehr und die nächsten tage soll es auch richtig kalt bleiben das heißt diese idee dass das wasser der regen erstmal tief in den boden eindringen durch die offenen löcher und jetzt unten gefriert könnte funktionieren 123 test 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 123 test test nach mikro gehst du noch ich habe runter geschmissen so leichte startschwierigkeiten in die rasen saison 2022 hängen geblieben herzlichen willkommen im neuen jahr ich hoffe ihr seid alle gut das jahr 2020 hinein gekommen wir haben heute den dritten januar und die feiertage sind vorbei wir haben auch genug gegessen zwei kilo bestimmt es ist sehr windig heute morgen wir haben 10 grad wir hatten die letzten tage ab neujahr teilweise schon 14 grad wieder jetzt ist es ein bisschen durchwachsen es nieselt ganz leicht und es ist wahnsinn wie viele braune stellen ich hier habe auf meiner fläche aber teilweise fängt der rasen schon richtig wieder an zu wachsen also man sieht deutlich wie die gräser herauskommen also gerade hier wo ich nachgesehen habe fängt es also richtig an zu wachsen ich will gleich mal die schnitt höhe beziehungsweise die rasen halm länge messen 30 teilweise 35 einige helme also die meisten sind so zwischen 20 und 30 millimeter ja so seht ihr das müsste ich jetzt eigentlich mähen aber wie ihr wisst ist jeder schnitt eine schädigung des gras halms eine schnitt wunde und von daher überlege ich mir das jetzt wirklich gut wenn es natürlich weiter so warm bleibt die nächsten tage dann könnte man einen schnitt wagen ja ich weiß es nicht vielleicht mache ich das ja noch aber jetzt geht was für die werkstatt viel spaß dabei ab in die werkstatt yeah da sind wir wieder da sind wir wieder in der werkstatt jetzt können wir also weitermachen wir haben wieder einen ganz normalen wochentag ihr müsst wahrscheinlich schon arbeiten ich darf hier in der werkstatt jetzt wieder basteln darf wieder lärm machen ich muss natürlich die ganzen metallteile jetzt putzen schleifen und lackieren hier die alu druckgust teile ich hatte euch ja gezeigt hier die alle die alu druckgust teile die müssen einmal bisschen über gebürstet werden dazu habe ich mir wieder eine neue bürste gekauft das ist hierfür für eine flex so eine metallbürste die eben auf einer flex verwendet werden darf habe ich schon jetzt mehrere male gekauft diese bürsten die funktionieren echt ganz gut ganz wichtig ist immer bei diesen bürsten dass das eine gute qualität ist und deswegen kaufe ich hier made in china ja lässt sich helfen aber es ist immerhin von bosch und bosch denke ich sorgt auch in china für eine gute qualität das ist manchmal echt frustrierend immer diese china sachen genau das ist so eine bürste mit ganz feinen draht zinken und wichtig ist bei diesen bürsten dass diese draht zinken nicht so schnell rausfliegen dass sie also gut geklemmt sind und dass sie auch nicht so schnell verschleißen und die haben sie ja nicht ganz gut bewährt diese dinger und damit putze ich dann halt eben meine ganzen metallteile so sieht eine abgenutzte bürste aus die kann man natürlich auch noch eine zeit lang benutzen und so sieht eine neue bürste aus ja vielleicht nutze ich die jetzt auch noch mal weiter na mal gucken aber irgendwann fangen die immer an hier ihre drähtchen weg zu schleudern und dann fliegen die wie so wie so dartpfeile zack in die klamotten rein und dann stecken die da drin und man piekst es und dann kriegst du es nicht raus und so gut was wir noch machen wollen und was ich am ende meines letzten videos euch ja gerade noch so gezeigt habe ist das lösen der untermesserschrauben torro verwendet hier sehr große untermesserschrauben mit einem ziemlich breiten schlitz und die hatte ich ja hier im letzten video eingespart habe ich mal aufgeräumt hier und diese schrauben zu lösen diese schrauben hier zu lösen ist also echt eine herausforderung ich hatte mir verschiedene steckschlüsselaufsätze besorgt in der hoffnung der passt ja nicht ganz gut in der hoffnung damit hier die untermesserschrauben gut lösen zu können beim e flex bei meinem torro e flex bei meinem greensmäher handgeführten greensmäher habe ich das ja auch schon mal gemacht das könnt ihr auch nochmal in dem video gerne euch anschauen und das war nicht so richtig gut ich musste teilweise diese schrauben dann ausbohren und jetzt habe ich mir doch jetzt habe ich mir doch für richtig viel geld richtig 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 viel geld also ich glaube es sind 60 euro was das kostet ich kann mal nachgucken also weit über 50 euro habe ich mir von torro diesen original steckschlüsselaufsatz gekauft um diese schrauben zu lösen und ich bin jetzt so gespannt ob sich diese schrauben damit halbwegs vernünftig lösen lassen ausbohren ist immer gruselig ich habe jetzt diese ganzen schrauben hier mit dem guten alten karamba eingesprüht das ist jetzt im laufe der zeit hier richtig reingezogen und ich werde jetzt mal meinen schlüssel nehmen und testen ob ich die lösen kann so vorher lieber rasenfreaks werde ich aber erstmal diesen ganzen messerbalken einmal überschleifen einmal putzen den alten lack hier runter bürsten die einmal blank machen diesen ganzen gusseisernen messerbalken und dann schraube ich sie ab viele schreiben unter meinen videos immer dass man bei drehenden werkzeugen keine handschuhe benutzen darf beim bohr beim bohrständer ist das richtig bei der bohrmaschine ist das richtig absolut ich habe auch noch mal nachgelesen auf der homepage der berufsgenossenschaft zum thema arbeitssicherheit da steht bei der flex dass man bei der flex durchaus auch handschuhe benutzen darf und ich sage auch an dieser stelle das ist kein how to video das ist kein video keine arbeitsanweisung sondern ich mache das hier aus ganz eigener verantwortung heraus und ihr seid völlig selbstverantwortlich wenn ihr an solchen geräten rumschraubt wenn ihr mit solchen maschinen arbeitet seid ihr völlig selbstverantwortlich ich mache euch hier nicht irgendwas vor was ihr nachmachen sollt also trotzdem ich habe nachgelesen also arbeitshandschuhe bei der flex sind laut berufsgenossenschaft noch zulässig ob ich das hier rein nehme weiß ich nicht aber ich finde das ja immer sehr gut wenn ihr mir da solche hinweise gibt das soll ja auch nicht irgendwie blödsinn sein was ich hier mache ich glaube ich mache genug blödsinn aber wenn doch einer glaubt das genauso machen zu müssen und er verletzt sich dann ist seine eigene verantwortung gut so jetzt haben wir das problem dass wir hier sich leider nur ein drehmomentschlüssel habe zum lösen der schrauben aber das ist nicht gut das war ja einfach das gibt es ja gar nicht los nächste wahnsinn sag mal das ist ja toll ja die gehen alle los das darf doch nicht wahr sein hab ich die schon richtig ansetzen richtig reinsetzen ja hey ist das ja cool das ist ja cool ja der sieht ziemlich vergnabbelt aus hier ne scheiße der ist vergnabbelt hier also hochfest ist das werkzeug auch nicht ne kacke ich soll eigentlich nicht schimpfen hier der ist der ist Mist also der ist der ist nicht das werkzeug hat schon eine kleine macke ja lieber randvigel jetzt habt ihr das beste verpasst mein akku war wieder alle was habe ich gemacht ich habe also tatsächlich mit diesem unfassbar tollen werkzeug von toro nicht alle schrauben los gekriegt und dann habe ich jetzt aber hier so einen austreiber genommen und habe hier immer weil das doch ein relativ breiter schlitz ist immer hier gegen gehauen und dann abwechselnd auf beiden seiten diese schraube versucht zu drehen habe ich hier immer hier an dieser ecken die schraube geschlagen so einem ganz flachen winkel und habe die versucht zu drehen und genau das hat funktioniert immer auf beiden seiten da sieht man ja so schön eingekerbt ist auf beiden seiten immer abwechslungsgeschlagen und dann habe ich sie tatsächlich frei schlagen können also ich muss sie nicht bohren ob das nur so gut ist für das untermesser das weiß ich nicht ich meine das ist ein relativ massiver metallblock ob das so gut ist für das gewinde weiß ich auch nicht es hat aber funktioniert hier mit dem vorschlaghammer dann immer hier so zack vorsichtig immer abwechselnd drauf zu hauen das hat die schraube jetzt echt bewegt und ich habe sie alle lose bekommen er hätte ja live dabei sein können wenn mein akku nicht wieder versagt hätte ja das zeigt er leider immer nicht an der piept zwar aber ich habe das eben bei dem arbeiten nicht gehört dass er gepiept hat und von daher habe ich weiter geredet ohne dass ihr was mitbekommen habt das war's jetzt mit meinem video vielen dank fürs zuschauen und ihr könnt mich gerne abonnieren wenn ihr mögt dann und die glocke an machen natürlich dann habt ihr mal gleich das nächste video sonst findet ihr meine videos immer am samstag ab 8 uhr und in der saison auch am mittwoch mal um 7 mal um 12 ihr könnt ja gerne mal schreiben wann ihr die videos eigentlich am liebsten hochgeladen hättet wann ihr die videos am ehesten sehen würdet kann ich mich ja vielleicht darauf anpassen habe ich auch noch nicht darüber nachgedacht so sonst freue ich mich auf euch im nächsten video macht's gut tschüss tschüss